Ich heiße Eiferslan Baboldo Marx. Ich bin ein Kabarettist und Aktivist für das Miteinander und gegen Rassismus. Inklusion habe ich erst nachträglich verstanden, was das bedeutet, weil in der Türkei gab es ja keine Programme dafür. Wir haben einfach mal die Inklusion anscheinend gelebt. In meiner Schule gab es dann auch Kinder mit geistiger oder körperlicher Behinderung und das hat uns geprägt. Und deswegen habe ich ein ganz normales Verhältnis zu verschiedenen Menschen und zur Inklusion. Ich habe mir ausgesucht, dass ich in meinem Büro, in dem Besprechungsraum, wollte ich dann an die Wand dieses Logo sprehen. Und ich hoffe mal, wenn die Leute reinkommen, meinen Besuch hier und mit denen darüber zu diskutieren, was Inklusion heißt, warum ich mich dafür einsetze. Wunderschön. Wie sieht das aus? Inklusion-schaffen-wir.de Facebook.com slash Inklusion schaffen wir